Auf Arbeit habe ich normalerweise ja auch einen Stehschreibtisch oder einen ergonomischen Bürostuhl und das habe ich jetzt leider im Homeoffice nicht. Genauso fallen auch die ganzen Bewegungspausen weg, die ich sonst normalerweise habe, wenn ich zu Meetingräumen laufe oder wenn ich mit meinen Kollegen eine Kaffeepause mache. Deswegen sollte man zu Hause einfach auf bestimmte Punkte achten. Zum einen wäre es einmal von der Sitzposition her die Höhe, wie ich sitze und da wäre es am besten, wenn die Tischplattenhöhe auf Ellenbogenhöhe bei mir wäre und da kann ich mir sehr gut helfen, indem ich vielleicht kleine Kissen nehme und unter meinen Stuhl polstere, wenn ich meinen Stuhl nicht von der Höhe verstellen kann. Das andere ist auch die Bildschirmhöhe. Wenn ich eine gerade Grundstellung habe von meinem Körper, das heißt, wenn ich aufrecht sitze, kein Rundrücken mache oder auch meine Wirbelsäule nicht zu sehr überstrecke, dann sollte die Höhe des Bildschirms genau auf Augenhöhe sein und das am besten dann auch noch 45 bis 75 Zentimeter entfernt von mir, damit meine Augen auch nicht zu schnell ermüden. Dann bist du genau auf Augenhöhe mit der oberen Kante des Bildschirms. Da wäre es natürlich nützlich, noch eine zweite Tastatur zu haben, weil du so jetzt nicht mehr am Laptop arbeiten kannst. Zu einer ergonomischen Körperhaltung zählt, dass ich mich am besten erstmal vorne auf die Stuhlkante setze, meine Füße, meine Beine hüftbreit aufstelle und die Füße wirklich fest am Boden stehen. Ich sollte vermeiden, meine Beine zu überschlagen oder irgendwie zu überkreuzen und dann sollte ich schauen, dass meine Becken, mein Rumpf und mein Kopf in einer Linie stehen, so dass alle Strukturen der Wirbelsäule, heißt die Muskulatur, die Bänder, die Sehnen und auch die Bandscheiben gleichmäßig belastet werden. Und egal wie ergonomisch ein Arbeitsplatz eingerichtet ist, natürlich ist die stehende Arbeitsweise immer die bessere Alternative, weil mich das Stehen einfach zu einer aktiveren Körperhaltung und zur Bewegung einfach auffordert, also indem ich mein Gewicht von einem auf das andere Bein wechsle und das ist natürlich mehr Muskelaktivität und da wird die Durchblutung im Körper natürlich um einiges mehr angeregt, als wenn ich jetzt acht Stunden am Stück sitze. Deswegen sind auch kleine Bewegungspausen auch für jeden Fall notwendig. Und man kann sich ganz schnell mit kleinen Do-it-yourself-Lösungen helfen, um aus einem sitzenden Arbeitsplatz, einem stehenden Arbeitsplatz zu machen. Jeder hat zu Hause Getränkekisten, ein Bügelbrett oder vielleicht einen Wäschekorb, mit dem man einfach seinen Laptop oder seinen PC einfach ein bisschen hoch bauen kann, um dann auch im Stehen arbeiten zu können. Ein Schreie und ich würde euch ja Mihalchen das ist ja auch schon weiter. So ist ja schon, liebe Um und ich bin das. Und ich bin das, liebe Bein. Alle haben sich ein paar Tage. Ich bin das, liebe Bein. Ich bin das, liebe Bein. Vielen Dank.